Willkommen zurück, liebe Freunde, zu einer neuen Runde Rainbow Six Siege mit dem ACC Akut und den Miepsen und ohne Neuss ganz unten oder was? Ne, ganz unten nicht. Die sind dort in dem Wohnzimmer links neben der Küche. Und Boki ist AFK, wie mir scheint. Noch 10 Sekunden. Ja, jetzt ist er da. Ach, W-A-S-D? Damit bewege ich mich? Warum nicht mit dem Falltasten, Mama? Ach, Entschuldigung. Wo war jetzt hier das Ding? Kannst du mir hier das gleiche mit aufmachen? Achso, die Kamera? Du hast die doch letztens hier gar mitgemacht. Ja, die war aber da. Was willst du auch sagen? Lass mich doch mal hier kaputt machen. Weg, weg, weg! Da kann ich mal hinterlassen. Rechts von uns ist Smoke. Gefloss! What? Von wo? Kannst du mir das gleich sagen in der Killcam? Ja, der ist auf der Treppe, auf der Treppe. Ah, ok. Ach, scheiße, da saß der Mann. Der ist mal auf der Treppe gewesen dann nachher. Lebe nicht. Ok, ist tot. Da ist noch einer an der Treppe. Ähm, wir beide sind tot. Achso. Vielleicht will ich jetzt nicht mit euch reden? Nice. Ne. Möchten wir aber nicht. Aber nice sagen darfst du, oder was? Nice, da ist er. Nice! Ähm, ja. Ja, wenn wir jetzt gehen irgendwo rein. Das ansagen, ey. Einer gleich down. Mach dir das. Mein Gegner verbleibt. Der andere war. Der hat aber gefressen, oder? Ne. Ne. Viertel weg. Der hatte ist kaum noch Pudding. Ah. Oh Gott, war der gut. Ah. Ah. Oh, schieß mal dahin. Hörst du dich selbst nicht? Ne, der. Boink. Alter. Wo ist er? Was hat der denn für der Aiming, ey? Vor allem schießt er das nur auf die Vase. Ja. Die böse Vase, die kommt bestimmt und fliegt mich. Ach, 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 ach. Renn weg, ach, ach. Er hat genauso gut das Aim wie Neel. Oh, da hat aber jetzt einen. Wenn er das hört, ne. Alter. Kaum ist er weg, weißt du. Neel guckt sich ja die Folgen eh nicht an. Oh, eigener Trog neutralisiert. Ja, eben deswegen. Ja, stimmt. Du kannst doch sagen, dass es ein Hurenbock ist. Waaaao. Waaaahah. Hehehe. Also nicht, dass du meinen. Selbstverständlich nicht. Nein, natürlich nicht. Das hätte ich jetzt auch gesagt. Ja, natürlich. Äh. Äh. Kapkan. Der Jäger. Kapi, Kapi, Kapi. Ne. Und, wo wärst du jetzt hier? Genau, kommt den Lno. Warum? Ich bin doch so hier. Check ich nicht, aber ist okay, mach mal Was? Ja, der, weil mein Hund macht, hat wieder komische Sachen Ich stelle das auch nicht mehr in Frage, weil mit 16 darf man auch Senil sein Lasst mich durch, ich bin Arzt Nee, ich bin Arzt Bitte komm nicht Er kommt, er ist angefahren Und in der Hoffnung, dass sie jetzt glauben, dass wir unten sind Ach nee, wir haben ja gar nicht gefunden, warum ist das? Schade, dann komm ich wieder hoch Achso, weil hier war noch ein Aufgang, den hab ich nicht gesehen Ist einer von euch Kameras? Noch nicht Die Geisel ist da, okay Jetzt gleich Und... Kameras Kamerakart abgeschossen Beide Außenkameras sind tot Schade Die sind in dem Bad hier neben mir, glaub ich Ja Bleib jetzt hier mal liegend auf und lass uns die Seiten hier aufmachen, um dich zu killen Ich glaub, die haben dich schon noch gar nicht gesehen Was ist das jetzt? Hier ist ein Schild, glaub ich Nein, nein, du bist hier nicht so gut Oh, nein, bei mir bleiben Hedding, du bist unter der Geisel, ne? Ich lasse auf Ich lasse auf Montagnier ist da Ja, ich versuch den zu killen, ja? Ja, ich versuch den zu killen hier Nice Miepsen Kommt noch einer? Ich umlauf mal Ich seh keinen Grad, also ich hab auch nur flüchtig reingeguckt Hier am Fenster war irgendwo einer Hier ist keiner mehr Bei der Geisel ist glaube ich keiner Oh doch, nice Es sitzt auf dem Pott Easy as fuck Der sich selbst umgebracht Irgendeiner hat es sonst umgebracht Der ist wahrscheinlich runter geflogen oder so Hat sich erschreckt Nein Nein Ihr Ficker hier So kleines Schwein Wurzelklasse, Wurzelklasse, Wurzelklasse Slash Slash Hämmer S Slash Hämmer Hämmer Kennt noch einer von euch Sledgehammer? Ja natürlich Mit der Susi Mit der Pistole die zu einem redet Ja das war doch die Susi oder nicht? Ich weiß nicht mehr wie das Ding hieß aber Falls ihr das nicht kennt, guckt noch googelt mal nach Sledgehammer Das war ne Serie damals Das ist doch Kult man Wir haben aber auch jüngere Zuschauer Ja Sowas wie mich zum Beispiel will ich ganz nicht Weil Also vom Namen her Genis Genau Wie du sind nicht erst zwölfeinhalb Ja Äh ich glaub Die sind oben Ja einer ist noch umgegangen Einer ist noch umgegangen Einer ist läuft hier unten rum Da ist hier Das sind auch Störsender ne? Also einer ist in der Garage gewesen Die können sich da verstecken Ja die sind im selben Raum wie wir Eben Also Garage auch Verstecken sich zum Teil aber auch so wie wir Also teilen sich auf In der Garage gleich reingehen Ja der eine war grad noch ziemlich am Äh Ähm Mal versuchen die in der Garage zu töten Halte der oben macht schon Stress Das ist mein Held. Ich hab einen gesehen. Er hat sich verpisst wieder. Einer oben down. Was machen Sachen? Kann sein, dass einer noch unten war. Ich weiß nicht, ob der da war. Hier in den Raum ist clear. Frei. Ne, der ist drinnen. Ok, ok, ok. Oh, da ist ein Schild hier. Direkt hier, da. Oh, fuck. Ich bin weg hier. Komm nach hinten gerobbt. Ja. Komm immer noch nach hinten gerobbt. Komm mal zu mir. Mal keine anderen. Ja, hat hin. Ja, geil. Nice. Alter, kurz mal geguckt, der ist gar nicht down, man. Das ist nett. Ja, so ist das halt. Ich muss mich mal abgewöhnen, in so einem Moment nachzulernen. Ja. Ich hab nämlich eigentlich schon damit gerechnet, dass er raus pusht und dann hat er es wirklich gemacht. Ach ja. Ja, das Spiel ist schon echt geil, wenn es halt irgendwie so läuft. Ja, definitiv. Es gibt halt auch die ersten Matches, die waren, könnt ihr euch gar nicht vorstellen, das war richtig anstrengend. Da gab es nämlich noch diesen Patch nicht. Und da war das teilweise so, dass du die Gegner gar nicht gesehen hast. Die waren in deinem Bild gar nicht zu sehen. Und wenn du da in der Killcam drin warst, warst du bei dem Gegner, standest du voll drin im Sichtfeld halt. Aber du hast sie selber nicht gesehen, also es war echt mies. Das ist einer der Gründe, warum wir da jetzt noch nicht aufgenommen haben, weil das halt teilweise bist du gestorben, du weißt nicht warum. Das war sehr, sehr anstrengend. Die Geisel muss gesichert werden. Aber waren ja auch in letzter Zeit ein bisschen mehr kleinere Patches auch mal rausgekommen, hab ich so gesehen. Also hat sich wirklich schon verbessert. Nur mit dem Matchmaking könnt ihr vielleicht mal etwas bezahlen. Ja, das Matchmaking ist eines noch der größeren Probleme. Aber sonst läuft das halt nicht schon ziemlich gut. Ich bin mal wieder auf der Toilette. Die Geisel entdeckt. Jupp. Wärtsschläppseisch. Wärtsschläppseide. Wärtsschläppseide. Guckt eine Kamera von euch? Ich hab grad geguckt, die außen sind schon da Okay Aber die in der Garage noch nicht, die ist relativ wichtig oder könnte wichtig sein Die sind, äh, die außen war noch eine, eine war noch draußen aktiv, ich markier die grad Okay Henning, bist du im Bad? Ja Okay Die kommen hier oben, kommt da keiner Ja Ich werfe eine Splittergranate Alter Hast du mich grad erschreckt, man, ich wollte grad nicht schockieren Bist du da unten jetzt alleine? Na alle unten irgendwo Bist du schon mal raus, oder du bist schon raus? Ich bin unten jetzt Da, bei mir kommt einer Beziehungsweise bei dem Bocki kommt einer Einer ist down, da ist noch einer Down Ich komm jetzt die Treppe runter Hier bin ich Ich bereite ein Ästchen vor ATC, da kann noch einer irgendwo sein Na ja Hast du den, dann konzentriere ich mich nicht mehr auf den Raum, weil die kommt bei uns, die springen bei uns durch Ja ja, ich Der verbleibende Gegner Nice Alter, ich Da ist noch einer drinnen Termite Wo ist der? In der Garage drinnen, hinterm Auto Also Regner eliminiert Mäßig Auch mal hat er mit den Kill geklaut, der Dricksack Ja easy Aber er hat gewonnen Und dann steht das einfach nur auf der Treppe Ah, der Gesamt-Sieg ist da Oh, guck mal Acht Eins, Alter Oho Jetzt gibt's wieder EP und andere Oh ja, jetzt Ja, jetzt hab ich das vom letzten Spiel noch bekommen Genau Gut Jo Leute, vielen Dank fürs Zuschauen Nächste Folge geht's dann weiter mit Rainbow Six Siege Vielen Dank fürs Zuschauen Ciao 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 Ciao